Hallo, grüß euch, da ist der Bernhard von Ruttertal, schön, dass ihr dabei hattet, mich freut's. Heute gibt es leider kein Produktvideo, weil wir feiern heute Weihnachten. Ja genau, wir haben ganz normale Menschen, nein, heute beweist das, wir haben ein Weihnachten, ist unser zweites Jahr mit Weihnachten. Für uns ist es einfach ein Fest für die Familie, für den Frühling, quasi Frühling, Sommer. Ja, haben wir einfach lustigerweise draufgekommen. Mittlerweile hat sich das Ganze bei uns ein wenig eintraditioniert. Von daher ist heute, passt sogar, 24. Mai, Weihnachtstag, Montag, Pfingsten, Feiertag. Gut, wir müssen jetzt mal Dankeschön am Mittag kurz aufmachen. Aber von daher lassen wir uns jetzt nicht betrüben, wir werden heute Weihnachten feiern. Das ist dann, wer mehr Infos haben möchte, soll sich einfach rühren in die Kommentare. Dann erkläre ich euch ein bisschen über Weihnachten auf, über unsere Weihnachtstradition. Ja, nach zwei Jahren ist es schon eine Tradition für uns, weil wir werden euch echt nett auf Obdach. Ihr seht es jetzt eh hinter uns, hinter uns ist der Weihnachtsbaum, schön dekoriert mit dem Frühlingsanlauf. So, von daher kurze Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und schöne Weihnachten. Macht es gut, pführt euch Eierbärenhaut. Fuh, tut das alles. Und nach Mittwoch gibt es wieder normale Videos.